Sooo... Auf wenigstens ein bisschen Musik. So und draußen ist wieder... Oh, es wird entweder grad hell oder es wird grad dunkel oder... Ich glaube es wird grad dunkel. So. Redstone. Redstone? Ach, Redstone haben sie... Redstone genannt in Deutsch. Okay. Auch gut. MMM? Sooo... Dann können wir aber auch mal zwei Kuhlen misst. Und dann brauche ich noch... ... ... ... ... ... ... Wie kriege ich denn die zum... ... 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 war das dann mit ich liebe wie klein hunde voll ja den teppich jetzt ruiniert komm geh mal da oben runter ja komm mal her ja komm mal her ja auf komm mal her ja komm mal her komm her bei Fuß Fuß achso komm komm hier runter da darfst an die Wand gucken so ich könnte mal ein bisschen schlafen gehen mensch vier hunde achso ich wollte erst das wieder doof das kann ich auch da rein so schlafen wir mal hunde ich muss ich mal am Ohr kratzen unauffällig dass ihr es nicht merkt also wenn ich ihr sag meine ich natürlich die nicht vorhandenen Zuschauer boah dich pack ich mir jetzt oh ich glaube ich sterbe gleich super ne ja ich brauche mal hier gescheite Schwerter und kann ja nicht angehen dass das hier also ich glaube das erste was ich mir mache wenn ich zwei Diamanten gefunden habe ein Diamantschwert damit man nicht für so Popelscreeper fünf Millionen Schläge braucht oh ich habe ein bisschen Hunger na nein alles nach unten geflogen den Knochen will ich auch noch haben oh grün so ja ging ja gerade super gut mit dem Creeper hier und der Enderman der hat sich auch einfach verpisst den 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 ich eigentlich wollen der hat sich verpisst kommt mir wahrscheinlich nächste Nacht wieder und macht mich dann kalt so und eigentlich wollte ich mir neue Spitzenpacken machen aber das habe ich auch schon wieder und das waren schon wieder Sätze die ich nicht zu Ende geredet habe ganz ganz krass ähm da bin ich falsch weiß ich jetzt mal ja die Konzentration lässt gerade wieder nach so zack zack Stickys gehen uns langsam dann auch mal aus ich mach gleich mehr ähm da war die Knochen da drei sollten jetzt erst mal reichen ähm da war das Holz rein dann ach komm dann mach mal alles erst mal hier rein ähm Holz weg Dreck da brauchen wir ja nicht 64 reicht hier auch den machen wir weg hier noch ein Knochen eingesammelt und zwei Pfeile kann ich mal gucken Quatsch wieviel bringt dann das äh zack zack und dann zack zack und dann da und dann wie war das nochmal das war glaube ich das in die Mitte das war unten und das war oben jay acht Pfeile nochmal achtzehn Pfeile ach dann nehmen wir das einfach mal mit so ich habe noch eine Schaufel das sehe ich gerade gut na ah Feld könnte ich auch mal wieder aber momentan jetzt kein Bedarf da hinten würde ich einfach mal schwimmen aber das dauert so ewig baue ich mir mal bei Gelegenheit glaube ich mal ein Boot einfach mal gucken ob es da und erst ein Kompass ist weil in Minecraft das ist auch so ein Feature da verlaufe ich mich ja super schnell immer was geht denn eigentlich ich weiß den Überblick habe ich schon das letzte mal gehabt aber eigentlich wollte ich da gar nicht überblicken ich wollte nämlich eigentlich hier rein gucken und hier sieht es mir doch verdächtig dunkel aus ne und da haben wir schon Kopf ah das ist das Loch von der ah das kenne ich doch schon ah ok dann habe ich das auch mit hier mit erkundet hier kann man noch ein Fecklchen anbringen ja nehmen wir halt mal schnell mit ich könnte eigentlich dann hier oben drauf könnte ich so einen schönen Aussichtsturm irgendwie machen den ich von meiner Bude unten irgendwie nach oben klettern mit seiner Leiter das wäre doch auch noch eine gute Idee dass ich mir hier dann so einen schönen Aussichtsplattform wo man so das Land gucken kann die herrliche Aussicht genießen kann doch das gefällt mir mal kurz ein bisschen cheat mal dahin gucken mit dem Zoom den ich eigentlich gar nicht habe ach genau da habe ich jetzt ausgeleuchtet das war ja das Loch ich glaube hier hinten war noch mal irgendwo ein Loch hier war noch eins auf jeden Fall aber das war glaube ich nur genau das ging nicht tief rein und hier war noch eins aber das geht anscheinend ja das war auch schon ok Mensch das wäre doch auch mal die Idee den ganzen Berg abbauen von oben nach unten Schicht für Schicht ich glaube das wäre Aua das langweiligste Let's Play aller Zeiten und vor allem ich habe das mal gemacht ich war mal so verrückt ich habe ein 32 x 32er Loch ausgehoben von oben bis unten also von von so Bodenschicht also so vielleicht die Höhe bis auf bis auf den Bedrock das war vielleicht das Amt Arbeitszeit von einer Woche und also aber die Ressourcen die man da reinsteckt die hat es nicht wieder rausgebracht deshalb lohnt sich das gar nicht man hat danach nur einen Haufen Schotter wie heißt es Pflasterstein so wird schon wieder dunkel langsam wieder die zeit um vertrödelt hiermit das feld das sieht gut aus dass es wird jetzt dort langsam wieder dunkel dann gehen wir gleich mal wieder wobei ich mache jetzt wahrscheinlich auch mal die aufnahmepause ich müsste eigentlich ich weiß gar nicht wie lange aufnehmen mein tablet liegt gerade in der küche und die nächste uhr ist zu weit weg um dass ich sie sehen würde beziehungsweise die ist um die ecke wenn ich hänge ich einfach hier noch mal eine aufnahme hinten dran vielleicht wenn es nicht langt wenn ich werde die folgen einfach kürzer so ne dann gehen wir jetzt mal schlafen und ich mache die aufnahmepause und beim nächsten mal was mach ich mal was wollte ich jetzt machen beim nächsten mal könnte ich mir so eine aussichtsplattform da oben mal hinbauen die ich vielleicht irgendwie über eine leiter hier aus der wohnung erreichen könnt vielleicht schauen wir mal ja in diesem sinne bis zum nächsten mal und tschüss